In den kleinen Drei-Stunden können wir sagen, wir glauben, jeder Zucker für sich nicht mehr genug jälzig zu sein, ist nicht jälzig. Wir können sagen, wir glauben, jeder einer, der nicht von diesem Zucker holt und nicht jälzig zu sein, ist ja jälzig. Und ich habe auch Zeit, dass jeder einer es jälzig für mich ist, aber das wird schon machen, das wird eine andere machen. Aber auch vor allem gibt es so, jeder einer ist jälzig. Wie wird es sein, wenn einer ein Zucker hat und ein Tier zu einem anderen Zucker, und er wird sitzen in der Zucker und der Schuchen wird auch in der anderen Zucker. Der Mischmann sagt, nicht, dass er ein Räscher in der Rubei ist Zucker. Der Schuchen, der weiß ist, ist ja nicht jälzig. Wenn wir ruhen, Mischmann, sie stehen Rambau im Fluss, oder? Also einer sitzt in der Zucker und er legt rein den Tisch, in einem anderen Zucker ein Stück ein Problem. So sein muss man, hat er doch dort echt ein Zucker. Er bammut sich.